so hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play fantasy star 1 das remake ja wir sind immer noch hier in dem castle und wir wollten ja im r castle und wir wollten uns jetzt endlich anlässig machen den mögen wir irgendwie nicht und ja ich hab hier drin gesammelt wir sagen uns auf level 63 und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen der kasse ist ja kennen wir ja aus fantasy star 1 das ist ja so ein total langweilig einmal rundherum hoch und dann rundherum runter what the hell nein ich bin noch gar nicht vorbereitet auf dem einzelkampf heute versuchen wir es ja nicht mal ich schneide mal kurz lade mal kurz und dann wissen wir beim nächsten mal dass der drache kommt und begegnen ihm das nächste mal auch mit der lakonie axt und so kurzer schnitt so kurz mal ein safestate die laden und vergessen mir zwei das egal macht der auto macht sie nicht oder mal ist egal trotzdem hoffe ich du wirst erstmal lightning verwenden du haust rodin und du wirst angreifen während du hellfire benutzt ja bei bei noah funktioniert das mit ganzem mit cure oder ebenfalls mit fire und nicht mit storm 844 das nennt man einen guten wert erste runde attacke power in attacke hellfire so die erste runde wird sehr schön power genau so kristall ist gebrochen aber zweimal ist schon cool so die zweite runde greift an du power sich nicht selbst die wird mal eine gruppenheilung vollziehen odin greift an und nur falscher stein der bock ist ok jetzt hander ist nicht unbedingt das was wirkt ok kannst du noch mal du kannst nicht noch mal dann kannst du aber lightning du greifst an und du suchst dir mal was neues versuchst mal mit flair flair war schon besser so du greifst wieder jetzt noch mal an erste runde ist das jetzt nach der sache kannst du mal mit einer gruppenheilung machen du greifst an und bei dir möchte ich noch wissen wie das zeug wirkt das war jetzt die zweite runde ne du greifst an du kannst nicht noch mal ähm power sich selbst du greifst an ne 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 du machst ja lightning und du die flair so dann haben wir zwei runden ruhe attacke attacke kann leider nicht noch mal attacke neeein ist das ein blödes miste so der drache ist auch wieder dabei magiser chill angriff und du bitte diesmal sonne nein die flere ist noch ab stimmt auch mann mit nur mag er nun ist 165, okay. Yeah! Das war der schwarze Drachen. Ja, ich werde jetzt hier nochmal raus, definitiv, und mich auf jeden Fall neu auffüllen. Und dann sehen wir uns an derselben Stelle, wo wir gerade den Drachen besiegt haben, gleich mit neuen Kristallen und neu aufgefüllt. Bis gleich!